Hauschleier statt, Spielleitungstagebuch zwischen Episode 3 und Episode 4. Ich weiß noch nicht, was der Titel von Episode 4 wird. Episode 3 hatte den Titel Scherben, Pflaster in ihren Weg oder irgendwie so ähnlich. Daraus sind wir dann gekommen, nachdem Ritterrüstungen noch Scherben von der Scheibe noch hatten, dann hatten wir noch Scherben im Spiegel etc. Mal gucken. Wir hatten damit geschlossen gehabt, dass wir die Gruppe es geschafft haben, herauszufinden, wo wohnt denn die werte Julia und sind dabei eingebrochen und haben dann mehrmänner herausgefunden, okay, Schulden, Selbstfindungskrisen etc. pp. Und danach war die werte Frau noch in ihrer Haut auffindbar. Was auch immer hier passiert ist. Das ist immer noch ein großes Misstepium. Aber jetzt haben wir eine ominöse Gruppe in der alten Stadtvilla, dem kleinen Schlösschen von Krauschleier statt. Und das wird dann so gesehen auch wahrscheinlich der Aufhänger, wo die Charaktere wahrscheinlich als nächstes hingehen. Es ist ein Gebäude, wo man sich Räumlichkeiten bieten kann. Dann ist so ein repräsentatives Haus, wo in meiner Vorstellung schon mal eher obskurere Scharlatane und anderes hochrepräsentatives, aber vom Geschäftsmodell eher zweifelhaftes Klientel, Beratungshäuser etc. Man kennt es, tätig sind und eben die Möglichkeit, dass es da Räumlichkeiten gibt. Vielleicht gibt es auch sogar noch eine kleine Führung durch bestimmte Räumlichkeiten. Ich muss mir da noch etwas belegen. Ich bin auch schon am überlegen, was ich jetzt genau mache. Besonders ist die Sache mit diesem Spiegel und den sprechenden Fischen war ich auch sehr lustig. Genau, also mein Grundgedanke ein bisschen war danach, als die Runde vorbei war. Meine Gedanken sind ein bisschen rumgegeistert in die Richtung so. Vielleicht doch die böse Stiefmutter, die Königin aus Schneewittchen und dem Spieglein, Spieglein an der Wand. Vielleicht das noch einzubauen. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich finde immer weibliche Antagonisten immer schwieriger, aber durchaus auch machbar. Der werte Mann mit dem leicht angekrauten Bart und dem großen rosanen Pudel. Mal schauen, wo ich den einbaue. In meiner Vorstellung könnte ich mir gut vorstellen, dass der vielleicht auf irgendeinem kleinen Bild in irgendeinem Büro da wieder auftaucht. Nach dem Motto, okay, der ist da irgendwie mit den Leuten da auch verbandelt. Vielleicht sogar mit dem rosanen Pudel. Ich glaube, der rosanen Pudel wird einfach so der Running Gag. Der Typ wird immer nur mit dem rosanen Pudel auftauchen. Ich bin schon manchmal überlegen, ob vielleicht der Mensch, der den Pudel steuert, vielleicht eher die Puppe ist. Und der Pudel ist eigentlich der Charakter. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das in City of Mist darstellen soll. Nur, also hier sind ja diese Tierbegleiter eher Repräsentation. Und besonders ist das jetzt Faust oder ist das jetzt eben, oh Gott, das ist ja Mephisto. Hinter dieser Geschichte. Auf jeden Fall hat ja Lachsekatze den Wink schon sehr gut verstanden und hat ja dann sehr grandios eine berühmte Faust aufgeschlagen und vorgelesen. Bin mal sehr gespannt auf den Monolog von YOLO an der Stelle. Genau, aber ich bin so überlegen, so okay, so eine Hexenfigur wäre, glaube ich, auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich bin mir noch richtig sicher, ich will jetzt, und die Frage ist aber noch, wo ich jetzt Johnny Lee Hafenmeister dann wieder aufsammle. Das ist auch noch so eine Herausforderung für sich. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wir werden auf jeden Fall zu diesem Schlösschen gehen. Deswegen darf ich mir jetzt ein paar hochtrabenden Namen ausdenken. Also ich bin, also ein Name von meinem Kopf wäre von der Plautern oder irgendwie so ähnlich. Also irgendwie so einen leicht aristokratischen, fiktiven deutschen Adelstitel. Jetzt die Frage, ob er ein Graf ist oder eine Gräfin oder so ähnlich. Vielleicht auf jeden Fall irgendwie eine Person, der zwar das Haus gehört, aber die vielleicht auch von den finanziellen Strukturen davon profitiert, dass dieses repräsentative Haus primär von Beratern und eben so Comedy-Gruppe Leuten geführt wird. Das ist ja eine furchtbare Geschichte. Mich nerven diese YouTube-Videos. Nerven sie euch auch. Naja, auf jeden Fall wäre das auf jeden Fall in diese Richtung angedacht gewesen, dieses Zeug da ein bisschen anzubauen. Die Frage ist immer noch, was hat eigentlich die Jujana genau verkauft? Beratungs... Naja, ich war schon kurz überlegen, ob ich dann irgendwie so Incel-Leute noch einbaue. Aber das ist dann irgendwie... Also diese Menschen sind einfach nur furchtbar. Deswegen mal gucken. Es gibt genug schlimme Leute. Eigentlich möchte ich gerne eher die furchtbaren Eigenschaften von Deutschen, die haben wir hier auch ein bisschen hervorschrieben. Deswegen würde es mich auch nicht wundern, wenn vielleicht am Schluss in dem Moment einfach in diesem Gebäude gerade der Schrebergartenverein gerade tagt, weil die sich sehr für sehr wichtig halten und entsprechend dann auf die Regularien und Protokarien und sich richtig daran aufgehen im deutschen Vereinsrecht. Sowas in der Richtung. Also im Motto, sich wirklich darüber freuen. Okay, jetzt wählen wir den Führer der Kasse, die führende Person für die Kasse und so weiter und so fort. Ich fand das immer furchtbar, wenn ich in so Regeldinger reinkomme. Aber das wäre auf jeden Fall lustig und auch schmerzhaft gleichermaßen. Also dann wäre das eine andere unangenehme Klientel, die in diesem Schlösschen existieren könnte. Dann wäre nur die Frage, wie ich da einbaue. Und ich rätsel ja immer noch, welchen Schrat oder welche Variante des Schrats ist der Julia Müller über den Weg gelaufen und warum. Das ist ja immer noch die große Frage. War das mehr oder weniger der Geldeintreiber, der am Schluss die Person eingetrieben hat? Oder was war der Hintergrund dazu? Oder wurde sie am Schluss an diesen Schrat verkauft, weil ihre, wie auch immer, geahnten Verpflichtungen nicht mehr nachgegangen ist? Auf jeden Fall würde ich gerne den Topos des zerbrochenen Spiegels wieder aufgreifen, weil das würde auf jeden Fall sehr gut passen, dass der Spiegel irgendein Problem verursacht hat. Und vielleicht ist es auch der Mythos des Spieglein-Spiegleins, der vielleicht hier irgendwo auch noch rumgeheistert. Die Frage ist nur, welche Person könnte hinter so einem Spieglein-Spieglein-Mythos stecken? Das wäre eine interessante Frage. Und wie weit ist Mephisto wirklich das Problem an der Geschichte? Oder ist Mephisto an der Stelle irgendwie etwas anderes? Ja, es ist wie immer. Es ist jetzt gerade so Gedanken sortieren, Gedanken überlegen. Ich bin jetzt auf jeden Fall davon, gehe jetzt stark davon aus, wir spielen auf jeden Fall in der Villa. Nur die Frage ist nur, wie ausufernd und wie viel Downtime wir da noch reinkriegen. Die Downtime mit dem, ein Hipster-Café war auf jeden Fall, glaube ich, ganz hilfreich. Das war auch so die Rückspiegelung in Stars and Wishes. Deswegen würde ich auch da die Freiheit auch weiter lassen, dass die Leute dann sich entsprechend dann sagen können, okay, jetzt hier. Dann ist auch noch die Frage, die obdachlose Frau. Da ist ja die Sache mit den Haaren passiert und das würde ich auf jeden Fall auch noch wieder aufgreifen. Also der Verlust von Körperbestandteilen. Und ich finde es faszinierend, dass irgendwie die Charaktere nicht darauf angesprungen sind, dass die eben die Haare mitgehen hat lassen. Und ich rätsel nur, wann ziehe ich Yolo an den Haaren herbei. Das ist noch eine gute Frage. Und besonders mit welchem Hintergrund Topos und wie weit da wieder die Feendomäne des Erlkönigs entsprechend da reinkommt. Besonders warum verfolgt die Frau Yolo an der Stelle oder beziehungsweise geringschätzt ihn? Oder Easy Day oder, ja, nee, wer war, äh, Yolo war, glaube ich, ich glaube, wir hatten da nie wirklich drüber. Genau, Yolo ist Yolo. Ich bin mir jetzt nicht immer noch sicher, welche Pronomen wir an der Stelle haben. Deswegen bleibe ich jetzt aber bei Yolo. Auf jeden Fall, wie weit diese, wie diese Feendomäne noch sich durchschlägt. Besonders wenn ich dann aus der Feendomäne, aus der deutschen Sagen- und Mythenwelt dann heranziehe. Ob es dann vielleicht mal der aus Kodraben schwarz bekannte Schwarzalp schrägstrich ein Zwerg vielleicht sein könnte. Wäre auf jeden Fall interessant. Oder ob ich noch andere Persönlichkeiten aus der wilden Jagd heranziehe. Oder auch nordische Götter. Wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Wie sich die entsprechend manifestieren. Was ich auf jeden Fall auch anbieten würde, wäre irgendein richtig fieses, ähm, ja, Arschloch, wie zum Beispiel Siegfried. Aus der Nibelungen. Weil der Typ war ja auch, jenseits von gut und böse, hat alles mögliche erschlagen. Und so eine Person mit unzerstörbarer Haut. Und nur hinten dieses Blatt am Rücken. Da müsste man überlegen, ob dieser blinde Fleck woanders ist. Vielleicht bei irgendeinem Feuermal, so eine Pigmentstörung am Bein. Ähnlich wie bei Achilles, so die Ferse. Vielleicht sowas in der Richtung. Und besonders, wann taucht diese Person auf? Und was ist, welcher Logos würde hinter dieser Person denn stehen? Also wenn ihr da Ideen habt, schreibt das gerne in die Kommentare. Oder allgemein zu allen Ideen, die ich jetzt gerade vor mich hinspinne. Ich mag ja immer ganz gerne Feedback. Schöne Grüße an Azrael, wenn er hier gerade hier zuschaut. Ähm, genau. Also es ist jetzt so, ich weiß jetzt noch nicht genau, wo es jetzt hingeht. Ähm, wie immer. Ich lasse mich von der Kampagne auch so gesehen treiben. Play to find out. Klassisches Powered by the Cup Pop. Und deswegen, ja, glaube ich, reicht das jetzt erstmal, um so mal grob die Gedankenwelt von mir hier zu skizzieren. Wenn euch das hier so weit gefallen hat, lasst einen Daumen hier da. Ähm, schaut gerne live. Wir spielen hier immer Sonntag bei Twitch vorbei. Würde mich sehr freuen, wenn ich nicht immer, äh, für den leeren Äther bei Twitch spielen würde. Aber, ist halt so. Ähm, zieht gerade nicht so die Massen. Aber vielleicht entwickelt sich das ja noch. War ja bei, ähm, die verbundenen Lände auch nicht anders. Gut, äh, wie gesagt, ich mache jetzt am besten Schluss und bereibe mich dann noch für den restlichen Gedanken noch vor. Bis dahin. Ciao.